Ich werde diese Leute vermissen, weil das hat riesig Spass gemacht und ich habe in allen wahnsinnig Intensiven gearbeitet. Es hat viel Spass gemacht und es ist schade, dass es schon vorbei ist. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und ich komme nicht nur wegen der Schokolade sehr gerne wieder, sondern weil ich auch echt ein paar Menschen kennengelernt habe, die ich für sehr fähig halte und einfach sehr gerne mag. Danke, es reicht!